Eine neue Ära in der professionellen Reinigung beginnt. Der Ära Evo reiht sich mit einer Vielzahl innovativer Features in die Flotte der Sprintus Trockensauger ein. Stärken Sie Ihre Marke und Ihre Wiedererkennung. Auf Wunsch individualisieren wir Ihre Geräte mit Ihrem Logo oder einem beliebigen Text. Die Möglichkeiten der hochwertigen Bedruckung sind nahezu grenzenlos. Der Ära Evo kann mit der patentierten Leistungsregulierung stufenlos auf alle Bodenbeläge eingestellt werden. Das signalrote 10-Meter-Kabel lässt sich optimal in der integrierten Kabelaufwicklung verstauen. Der Kabelwechsel erfolgt in wenigen Handgriffen. Der Ära Evo bietet eine Vielzahl von durchdachten Aufbewahrungsplätzen für das gesamte Zubehör. Auch bei der Filtration wird auf höchste Standards gesetzt. Aufgrund der Vierfachfiltration inklusive HEPA 13 Filtertüte, Fließfilterkorb und HEPA 13 Filterkassette wird die Ausblasluft perfekt gereinigt. Die hochwertigen Aluminium-Saugrohre sind besonders robust und ermöglichen durch Ihr geringes Gewicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der robuste Multiflex-Saugschlauch bietet mit 2 Metern Länge einen optimalen Aktionsradius. Gemeinsam mit dem Ära Tech und Ära Pro definiert der Ära Evo die Zukunft der professionellen Reinigung. Die hochwertigen Aluminium-Sauger Die hochwertigen Aluminium-Sauger Die hochwertigen Aluminium-Sauger Die hochwertigen Aluminium-Sauger Die hochwertigen Aluminium-Sauger